ja und hier sind wir wieder mit seiner Mensch gehabt. Wir sind zuletzt in der Stadt Ruhl, ähm, stehen geblieben. Keine Ahnung, ob es richtig ausgesprochen wird. Wir schauen uns hier gerade. Hm, dieses Gebäude ist schon verdammt. Ich bin Magnus, der Meister der Schwertkunst von Ruhl. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte kommen. Bist du willst, bei mir zu trainieren? Äh, ja bitte. Ich hab keine Ahnung, dass ich mit dir trainieren kann. Ja, ich krieg meine Viral-Attacke wieder. Ist das cool. Ja, hab ich verstanden. Geh nicht aus den Markenthalen. Ja, ich war, ich will das endlich wieder machen. Ja, gute Nette. Marionette. Marionette. Siehe und strahlen. Eins, zwei, drei. Marionette nun zeigen. Das ist die Marionette. Oh mein Gott, ich bin eine Marionette. So, nun versuch es selbst aufgedrückt, bis das Schwert aufgeladen ist. Und dann loslassen. Wow. Wui, 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 wui. Und... Bam. Hervorragend. Du hast Talent. Ich überreiche dir feierlich diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du eine Schwerttechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Du kannst sie, die jederzeit im Statusmonion sehen. Okay. Du hast die Wirbeltacke erlernt. Eine Technik von Meister Magnus. Okay. Ja. Endlich können wir wieder unsere Wirbeltacke... Ach, ich liebe sie. Ja. Ja. Hallo Kotze. Hm. Es scheint niemand hier zu sein. Vielleicht sollten wir nicht rein gehen. Okay. Dann nicht. Ja, wir sind nicht. Ah, die Hörder. Hallo, ich will dich schwanger. Ja, danke. Da oben war noch eins. Ah, bleib da! Gehst du her? Gehst du her? Du dummes Viech. Oh. Hm, du hast leider nicht in den Film angefangen. Trotzdem, danke. Ich will das nochmal machen. Ja. Und wieder eine kleine Unterbrechung, was mich gerade etwas anträgt. Weil jetzt habe ich mein Bruder schon siehmal gesagt, er soll nicht mal reinkommen. Und jetzt will es trotzdem immer wieder. Ich hab da irgendwie viel verbraucht. Aber ja, das ist ja eigentlich wurscht. Jetzt probieren wir das nochmal. Ja. Das war immer wieder anfangen. Wir fangen. Na ja, wir fangen. Das ist ja auch immer. Wie ist das? Ja, die nicht. Das ist ja auch. Es geht sich, aber da. und es ging sich aus die industrie ja das ist ja das ist ein schönes gefühl das ist so los ok Ok Dank halt nicht Oh, ich bin die Luft noch in den Laden, oh mein Gott, was kommen die machen? Ja, ok, da kommen wir nicht weiter, zwei Ich möchte spielen, aber der Laden ist noch zu, ich bin zufrieden Das sieht das schon noch die Bienen aus, noch den Laden aus Bringt ja, was du kaufen willst drauf, sonst, wer weiß der Spiegel Ja, im Schliff brauchen Natürlich ist linke Bombe, wie schon keine 8, Gott, was kostet das? 880 Robine unterpassen, viele Robine Brauchst du das? Ja, ich kaufe einfach mal Und dann können wir gleichzeitig mehr Robine Ja, ja, herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal Ja, bis zum nächsten Mal Ja, wir haben auch weniger Robine Wenige Bomben auch Ja, ich würd sagen, können wir Schlafzüchte machen Hier anschauen, was macht der da? Oh, guten Tag, willkommen im Schlummshahn Was war das? Schlummschulern In letzter Zeit werden Schuhe wie von selbst fertig werden Ich bin schon ein Natursorrent, wenn ich sogar in Schlafzüchte machen kann Okay, was ist das? Ah, cool, wir können das kleiner machen Ja, ich muss überspringen Geh nicht Okay, und sich das wohl einmal anschauen Wer hätte gedacht, dass selbst Werkzeuge Portalesankunft Die im Minisch sehen klein aus, aber sie haben viel Fantasie Ja Das sind Schuhe Gib die Schuhe weg Ja, genau Das werden wir später vorgesehen machen können Haha, die bewegen sich einfach die Schuhe Das ist super Das ist auch noch zu schlossen Aber ich würd es echt sagen, wir müssen dann schon was mit tun Schlupper Mh, das ist recht aber lecker Kann man hier mal etwas probieren? Frag doch immer noch So los Knit, 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 da ist jetzt etwas leckeres Kann man hier mal etwas probieren? Frag doch immer noch So los Knit, knit, da ist jetzt etwas leckeres Okay Guten Tag Bring zur Kasse, lass du kaufen, du musst Ja, die wollen schon wieder alle nur fressen Hier also, ich würde sagen Wir werden sich den Weg zum Gondolierd machen Die ganzen Gebiete mehr Ich hab keine Ahnung über Gondolberg Ich hab keine Ahnung um Fee, alle Fee, alle Fee, ich bin der Kee gefundet. Der Bomben. Perfekt. Luki ist nix. Hier können wir auch nix machen. Es wird immer besser und besser. Ach, ich liebe es zu räumen. Ich finde es lustig. Was ist mit dir durch? Ist noch geschlossen. Na, ich bin alt. Ich kann warten. Okay, dann warte mal, alter Mann. Was ist los? Oh, ne? So, Entschuldigung. Zeigst du mir eine Wild-Attacke? Ja, wer wusste das? Was ist los? Ja, du hast mich schon zu. Es sind viele ungeheuer unternehmensweise sehr vorsichtig. Oh, gut. Gut, dass wir da zuerst reingegangen sind. Sonst werden wir nicht weiterbekommen. So, viel gehabt. Ähm, ja, die kann man auch wieder nicht weiter. Aber was ist drunken? Aber was ist das? Okay, egal. Ah, da konnte man eine Bombe erlegen. Perfekt. Ah, das ist ein Händler. Dings, Bums, Trottel. Den sollten wir mit dem Schild... Aua. Da komm, Spuck noch mal. Oh, eine magische Nutsche. Und ich muss immer genauer und feststellen. So. Tut mir leid wegen der Nuss. Ich verkaufe dir auch eine Flasche. Ähm, ja. Die können wir uns auch... Ich hoffe, die haben wir. Ich bin sicher, dass sie wissen. Ja, kaufen, denn wir haben eh über 20. Und wenn er schon sagt, dass wir sie nicht... Und dass sie nicht besteigen können. Dass sie nicht draufkommen auf dem Berg, sondern das ist auch gut. Taler Königsfamilie von Goldberg. Von Goldberg, man will. Ähm, Fuß des Goldbergs. Und wir haben mit unsere 20 Robine zurück. Perfekt. Ah! Schnell auf Schild. So. Boah. Das war geskillt, man. Tut mir leid wegen der Nuss. Ich verrate dir auch was. Mein Freund verkauft in seiner Höhle im Süden. Wie... Die... Das war, ähm. Die Flasche. Die wird doch vor. Ich würde mals sagen, die Wachsen laufen. Pflanzen wachsen, also natürlich. Tja. So einfach ist das. So. Uah! Stier, stier, und stier! Achtung, Steinschlaut! Da drückt man nicht drauf. Ja, klar. Ihr wollt mich doch voralbern. Ich wette, das ist so logisch. Oh mein Gott, ich bin total gut. Das war so klar. Ehrlich. Da drückt man nicht drauf. Aber das ist immer so, dass wenn genau da so eine Öffnung ist, wo man reingehen kann, dass man da meistens immer in die Fronten hinbekommt. Da müssen wir aufmachen. Okay, da müssen wir wohl etwas kleiner werden. Und wir müssen uns diese Animation anschauen, wie wir kleiner werden. Toll! Wir haben nicht nur sehr viel Zeit. Nein, nein. Nein, nein. Ich bin total gut. Dieser unschaubare Stein ist die Wirklichkeit einfach taum. Es ist bestimmt nicht das einzige Stein, wie sie hat. Entschuldigung. Ähm, nein. Ich wollte es eigentlich nicht größer werden. Weil es kostet Zeit. Ja, trotzdem Mutnahme sindbar. Ja. Ähm. Ja. Wir sind dann wahrscheinlich nicht größer zu machen. Ich rush hier noch schnell vor. Oh, cool. Wow. Ja, okay. Ähm. Ich mache ja jetzt Pause. Ich mache ja jetzt Pause. Und wir sehen uns in dem nächsten Part. Bis dann. Bis dann.